Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute Abend bei Stölker. Wir haben den 6. Dezember, den Nikolausabend. Und jetzt bleiben Sie wach, ich beschwöre Sie, eine solche Diskussion haben Sie nicht alle Tage, vor allem nicht auf der SAG. Ich begrüße herzlich Dr. Daniele Ganser. Guten Abend. Herr Dr. Ganser, Sie kommen von der Universität Basel, Sie sind Historiker, Sie sind Friedensforscher und Sie schreiben aufregende Bücher, wo manche sagen, Sie sind umstritten. Was beschäftigt Sie? Den Krieg untersuche ich und den Frieden und warum wir manchmal im Kriegszustand sind und manchmal im Frieden. Das ist meine Hauptfrage. Und ich darf gleich mal zu Beginn eines Ihrer tollsten Bücher zeigen, das jetzt international übersetzt wird. Sagen Sie, was wollen Sie damit ausdrücken mit dem Buch? Hier habe ich die verdeckte Kriegsführung als Forschungsgegenstand gewählt, weil es im Kalten Krieg Geheimarmeen gab. In Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich, in Italien, in Dänemark, in Norwegen, in Finnland, in Spanien, in der Türkei, in Griechenland. Und das ist nicht so bekannt. Was ist aus diesen Geheimarmeen geworden? Es gab in verschiedenen Ländern eine Untersuchung, eine parlamentarische Untersuchung. Und dort weiss man, dass sie vermutlich aufgelöst wurden. In anderen Ländern ist das Gebiet noch nicht abschliessend erforscht. Da weiss man nicht genau, was mit den Geheimarmeen ist. Aber haben wir jetzt noch in der Schweiz Geheimarmeen oder löst sich die Schweizer Armee in der NATO auf? Wir haben keine Geheimarmee in der Schweiz, würde ich sagen. Die P26 wurde eben untersucht, das war 1990 und wurde dann aufgelöst. Die zweite Frage, ich denke, die Schweiz wird sich auch nicht der NATO anschliessen, auch wegen den Problemen, die die NATO jetzt im Moment hat. Übrigens, das Buch zeigt, dass die Geheimarmeen durch die NATO koordiniert wurden und in einigen Ländern in Terroranschläge verwickelt wurden. Das wiederum führt bei der NATO zur schwierigen Situation, dass sie jetzt eigentlich den Terrorismus bekämpft, gemäss offizieller Sprachregelung. Aber in der Forschung gibt es immer noch diese Frage, was ist ihr vergangene Verhältnis zum Terrorismus? Herr Dr. Ganser, solche Thesen machen Sie als Intellektuellen natürlich nicht beliebt in vielen Kreisen der Regierung. Wie frei ist ein Historiker heute überhaupt, bei uns in der Schweiz zuerst einmal? Ich denke, ziemlich frei in der Schweiz. Es ist wichtig, dass man sich nicht in erster Linie bei der Regierung beliebt machen will als Historiker, sondern dass man versucht, kritisch die Vergangenheit zu durchforschen und dass die Beliebtheit darunter leidet. Das ist in verschiedenen Ländern der Fall. In der Schweiz wird man aber auf jeden Fall nicht umgebracht. Es gibt Länder auf der Welt, da lebt man als Historiker oder jetzt als Journalist, der etwas untersucht und herausfindet, ja so gefährlich, dass man sterben kann. Das ist hier nicht so, darüber bin ich natürlich froh. Aber jetzt gehen wir einfach mal, um uns warm zu laufen, auf einen Fall, der seit Wochen und Monaten alle Gemüter bewegt, die Armenier-Frage, möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, wir Historiker untersuchen natürlich das Zusammenleben der Menschen. Das ist das grobe Untersuchungsfeld über die letzten 3000 Jahre, kann man so sagen. Und sowohl das Friedliche wie auch das Kriegerische, das Gewalttätige. Und innerhalb vom Gewalttätigen ist dann wiederum der Genozid oder der Völkermund, wie wir es eben an den Juden im Zweiten Weltkrieg haben, das ist das sensibelste Gebiet, ganz klar, weil das ist die Massentötung. Aber es gibt doch zwei große Thesen, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf. Die eine ist, sagen wir mal, die türkische These, dass diese Armenier eigentlich ein Stamm waren, der zum Teil kommunistisch war, der das türkische Reich damals weiter auflösen wollte, in einer Situation innerer Anspannung, eine Gefahr für die Türken. Und die andere These ist die, dass dieser armenische Volksstamm von den Türken mehr oder weniger überfallen wurde und dass man dort von 1,7 Millionen Menschen über eine Million ausrottete. Nun, als Historiker muss ich immer beide Lager anschauen. Man wird auch hier sehen, dass beide Recht haben. Zum Teil. Das türkische Lager hat Recht, wenn es sagt, wir waren in einem Zeitpunkt der inneren Anspannung. Stellen Sie sich vor, 1912, man hatte den Balkan verloren, das Ottomanische Reich war in einem Zustand der Destabilisierung. Insofern haben die türkischen Quellen in diesem Punkt Recht. Aber gleichzeitig haben die Armenier, und das ist sehr wichtig, dass man das festhält, Recht, wenn sie sagen, hier gab es einen Völkermord, es wurde 1915 eine Million Menschen umgebracht. Und das darf man nicht leugnen. Aber erleben wir an diesem Beispiel nicht, wie unter Umständen die Politik die Historiker manipuliert. Ein Thema aufbaut, das vielleicht in die politische Landschaft passt. Das ist klar, dass natürlich der Historiker immer in diesem Spannungsfeld ist. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage, wie stark man sich jetzt von Zensur oder von Forschungsgeldern in die eine oder andere Richtung lenken lässt. Ich möchte doch auch darauf hinweisen, dass die allermeisten Historiker dann doch eigentlich bei ihren Quellen bleiben und sagen, ich habe jetzt herausgefunden, es gab eine Million Tote, 1915, und wenn ich jetzt irgendeinen Forschungsauftrag über 200.000 Franken bekomme, komme ich nicht auf die Idee zu sagen, diesen Völkermord hat es nie gegeben. Kleine Zwischenfrage, wie abhängig sind halt Historiker von den Finanzmitteln? Sie haben ja einen Grundgehalt und dann brauchen Sie Forschungsgelder. Ja, das ist schon so. Alle Wissenschaftler sind abhängig. Es gibt in diesem Sinne keine freie Wissenschaft. Es gibt höchstens freie Wissenschaft, wenn sie über unabhängige Geldmittel verfügen und in unbegrenztem Umfang. Und das tun die wenigsten. Das heißt aber nicht, dass alle Wissenschaft gekauft ist. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass der Historiker sagt, ich nehme für dieses Forschungsprojekt zum Beispiel vom Schweizerischen Nationalfonds Geld, das sind dann Steuergelder, und erarbeite nach den Regeln der Zunft, nach besten Regeln der Zunft, ein Forschungsprojekt und ziehe das durch. Ich würde sagen, das ist unabhängige Forschung nach Grundstandards. Jetzt sind Sie natürlich aufgefallen, Sie ist ein junger Mann, Sie sind 34-jährig, also können wir noch 40 Jahre Bücher von Ihnen erwarten. Sie sind aufgefallen durch Ihre Thesen zu 9-11, die ungewöhnlich viel offener waren als das, was man sonst bei uns in Europa gelesen hat. Können Sie kurz noch sagen, was Ihre drei Hauptthesen sind oder Möglichkeiten? Nun, das sind nicht meine Thesen, ich beobachte einfach die Geschichtsschreibung zum 11. September, und jetzt haben wir ja fünf Jahre, die vergangen sind, und so wie jedes Ereignis kommt es jetzt zu den Historikern. Am Schluss werden wir beurteilen. Nur, es sind drei verschiedene Geschichten, die geboten werden. Im Internet wird diskutiert, in den Sachbüchern wird diskutiert, auch in den Zeitungen. Und was eigentlich diskutiert wird, sind drei Geschichten. Die erste Geschichte ist, Osama Bin Laden hat angegriffen, Bush und Cheney waren überrascht. Und es ist sozusagen wahr, was Bush und Cheney erzählt haben. Das ist die sogenannte Surprise-Theorie. Surprise ist Englisch und heisst Überraschung. Genau. Die zweite Theorie, die auf dem Internet und in Büchern diskutiert wird, ist, Osama Bin Laden hat an diesem Dienstag, dem 11. September 2001, in der Tat angegriffen. Aber, und da kommt ein Element der strategischen Kriegsführung, Bush und Cheney oder andere Elemente innerhalb der amerikanischen Regierung haben gewusst, dass der Angriff kommt, und haben sozusagen den Angriff absichtlich zugelassen. Was natürlich kriminelles Verhalten ist. Aber nicht zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte. Ja, das ist natürlich eine andere Debatte. Da kommen wir zu Pearl Harbor, 7. Dezember 1941. Man kann auch Gold und Tompkins. Havanna, 1898. Ja, ja, genau. The main. Es gibt natürlich eine lange Serie in der Geschichte von verdeckter Kriegsführung. Nicht nur bei den Amerikanern, muss ich darauf hinweisen. Es ist eine Technik, die immer wieder angewendet ist. Ein Handwerk. Was war die dritte? Die dritte Theorie ist MIHOP. Make it happen on purpose. In diesem Fall sind Teile der Amerikaner hinter dem Anschlag. Es ist ein selbst inszenierter Anschlag. Und Osama Bin Laden hat gar nichts damit zu tun. Und diese drei Theorien, und ich lege mich nicht fest, welche der drei nun jetzt die richtige ist, diese stehen im Streit. Und gemäss der historischen Wahrheitsfindung muss es möglich sein, herauszufinden, welche der drei denn nun stimmt. Wenn wir das mit allen Fragen abwerben. Gibt es Kollegen von Ihnen, die Ihnen bekannt sind, die daran arbeiten? In den USA gibt es zwei, drei, vier Professoren. In der Schweiz gibt es nicht Professoren, die in erster Linie daran arbeiten, sondern das ein bisschen beobachten. Es ist noch ein Feld, das wenig bearbeitet wird von den Historikern. Es lag jetzt lange bei den Politikern. Eine gewisse Zeit lag es bei den Journalisten. Aber wie alles kommt es früher oder später zu den Historikern. Wenn Sie aber diesen Fall sehen, dann kann man doch sagen, dass die Völker des Westens, wie vielleicht der ganzen Welt, unter Umständen über Jahre und Jahrzehnte irregeführt wurden über diesen Auslöser 9-11, 9. September und über den folgenden Irakkrieg und was alles damit zusammenhängt. Es ist natürlich ein weiterer Gegenstand der Forschung, gerade der Friedensforschung, dass man Kriegspropaganda untersucht. Und Kriegspropaganda, das können wir jetzt genau belegen, das funktioniert ganz einfach. Man erzeugt zuerst Angst durch irgendeinen Vorfall und dann Hass durch einen zweiten Vorfall. Die Vorfälle sind eigentlich einfach zu inszenieren. Und die Angst und auch der Hass sind immer wieder zu erregen in uns Menschen. Also da sind wir uns sehr ähnlich. Also es geht bei jedem Volk etwa ähnlich gut. Und das, was wir sehen, dass der Irakkrieg, der eben im März 2003 angefangen hat und gemäss neuesten Untersuchungen der britischen Zeitung The Lancet jetzt 600.000 Todesopfer schulden. Und The Lancet ist eine sehr angesehene Zeitschrift, muss man hier sagen? Ja, das muss man sagen. 600.000 Tote, als wir diese Zahlen bekamen in der Forschung, gab es natürlich eine riesen Debatte. Bush hat von 30.000 Toten gesprochen. Er hat gesagt, 600.000 sei weit übertrieben. Wenn man aber anschaut, was ist die Erhebung? Wie machen die das? Dann muss man sagen, The Lancet, die haben Ärzte in den Irak geschickt, die haben die Todesurkunden angeschaut, die haben mit den Leuten vor Ort gesprochen. Unter Lebensgefahr. Also dieser Irakkrieg fordert, das ist jetzt klar, einen sehr grossen Blutzoll. Also wenn wir das unter dem Aspekt jetzt vom Prozess gegen Saddam Hussein betrachten, der ja gesagt hatte, die Pforten der Höllen werden sich öffnen, wenn ihr einmarschiert. Und die Pforten der Hölle haben sich geöffnet im Irak, jedenfalls für die Menschen, die dort leben. Wie müssen Sie als Historiker dann einen solchen Prozess beurteilen? Traurig genug, was Saddam Hussein getan hat. Aber das ist doch gar keine Relation zu dem, was jetzt geschehen ist. Saddam Hussein ist ein Verbrecher, ohne Zweifel. Er wurde aber lange unterstützt. Von den Amerikanern? Von westlichen Mächten, nicht nur den Amerikanern. Aber es gab ein strategisches Interesse, den Irak gegen den Iran zu hetzen. Eben nachdem der Iran 1979 die Revolution durchgemacht hatte, der Schah wurde weggeschickt und der Rumänik haben an die Macht, hat ja 1980 Saddam Hussein den Iran angegriffen. Und man war generell erfreut über diese Tat, hat ihn mit Waffen beliefert und so weiter. In seinem Schreckensregime, und das war ein Schreckensregime von etwa zwei Dekaden, hat er etwa 250.000 Menschen durch Gewalt töten lassen oder in anderen Gewaltumständen umgekommen. Jetzt sind diese 600.000 natürlich mehr. Und jetzt gibt es viele, die sagen, ja, das muss man aufwägen. Aber das ist immer sehr gefährlich, wenn man sozusagen die Totenberge vergleicht. Wir bewegen uns ja hier in diesem ganzen Gebiet im nahen und mittleren Osten, in einem Gebiet, das vom Öl ganz maßgeblich bestimmt ist. Ja. Und Sie haben gerade mit Big Oil besondere Relationen. Können Sie kurz sagen, wie? Es ist natürlich immer wieder die Frage aufgetaucht, warum tötet man, um Erdöl zu holen? Das ist eine alte, wir haben jetzt 150 Jahre Erdölgeschichte und da gab es ganz verschiedene Kriege. Aber diese Kriege, die haben jetzt in letzter Zeit an Intensität gewonnen. Und Konflikt- und Friedensforscher sitzen sich zusammen, zerbrechen sich die Köpfe und fragen sich, warum nehmen die zu? Diese Intensität. Und es sind nicht nur die Amerikaner, es sind andere, die auch involviert sind. Die Chinesen in Afrika haben verdeckte Kriege am Laufen und im Sudan zum Beispiel. Sudan, ja. Genau. Und das, was man eben sieht, ist, dass Erdöl endlich ist im Boden. Das ist das Erste. Und dass das Erdöl an einem gewissen Punkt, auf der Zeitachse wiederum, ein Maximum erreicht der Förderung. Das wird gemessen in Millionen Fässer pro Tag. Jetzt haben wir 85 Millionen Fass pro Tag, die wir fördern. Vielleicht erreichen wir 100 Millionen Fass, vielleicht 120. Aber dann geht es wieder zurück auf 190, 80, 70. Und das ist eine langanhaltende Energiekrise, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und die lösen Kriege aus? Ja, die Kriege sind so, wenn Sie das Erdöl kontrollieren im 21. Jahrhundert und das Erdgas, dann haben Sie einen Schlüssel zur Macht. Also wenn Sie im 21. Jahrhundert Stratege sein wollen, dann müssen Sie sich zuerst fragen, wo liegen die Energieressourcen? Und die zweite Frage, wie kontrolliere ich die? Also wenn zum Beispiel, das sage ich und Sie können das bestätigen, und nicht, wenn an der Elfenbeinküste die Franzosen das Sagen haben und die Amerikaner möchten an das Öl kommen, dann finanzieren die Aufständische. Genau. The enemy of my enemy is my friend. Das ist die strategische Grundlosung. Und was man dagegen eigentlich macht, zum Beispiel wenn man Putin anschaut, er verstaatlicht alles wieder. Wir erinnern uns an diese Jukos-Affäre, da wird natürlich die Rechtsstaatlichkeit mit Füssen getreten, Privateigentum wird weggefegt. Warum? Weil Putin ganz genau weiß, im 21. Jahrhundert muss sich das Erdöl und das Erdgas kontrollieren. Wenn Jukos einen Teil an ExxonMobil oder andere westlichen Firmen verkauft, die im Moment sehr viel Liquidität haben, dann fehlt einem das. Und die Länder, die nicht über das Erdöl verfügen, wir hatten das kurz in der Ukraine, wir haben es gerade aktuell wieder in Georgien, die also nächstes Jahr mehr bezahlen sollen, wesentlich mehr für ihr Erdöl aus Russland, dann werden die Länder erpressbar. Genau, das war ja, man hat, die Russen haben der Ukraine den Gashahn abgedreht. Da sieht man einfach, wie wichtig dieses Erdöl ist. Also auch für die Schweiz, unsere Abhängigkeit ist 57 Prozent unserer ganzen Energieversorgung, das sind 240.000 Fässer pro Tag. Aber mein Stand ist, wir balancieren relativ gut zwischen Russland und Nordafrika, sprich Algerien. Ja schon, aber darum müssen wir die Sache auch ganz genau beobachten. Das ist eigentlich eines der wichtigen Dinge, die eben jetzt Friedensforscher und Zeitgeschichtler machen müssen. Sie müssen diesen Kampf ums Erdöl beobachten, weil die Schweiz wird ja nicht aktiv daran teilnehmen, sondern wir können nur beobachten und schnell denken. Das ist ganz wichtig. Und wollen Sie damit sagen, um es mal deutlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auszudrücken, dass die, ich glaube vier Schwestern sind es noch, die großen Öl-Companies, dass die eigentlich die Macht haben, die Kraft haben, Kriege auszulösen? Würde ich so nicht sagen, sondern ich würde sagen, es gibt Regierungsleute, die Kriege auslösen. Und da muss man immer untersuchen, wie stark kann jetzt die Privatwirtschaft die Regierung beeinflussen. Natürlich gibt es da Wechselwirkungen, wir wissen das. In Frankreich wissen wir es bestens. Wir müssen nicht immer nur USA sagen. Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Aber ich bin mal vorsichtig. Man darf nicht sagen, dass eine privatwirtschaftliche Gruppe nun die Regierung gekauft hat und die Regierung dann im Auftrag der Privatwirtschaftengruppe einen Krieg führt. So einfach sind die Dinge nicht, sondern es sind meistens Synergien. Das heißt, die Regierung hat ein Interesse, die Macht auszugehen. Was uns hier bei U1 für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer beschäftigt und was sich ja noch mehr beschäftigen soll, ist die Frage, wie überträgt sich dieses Herrschaftswissen, über das sie verfügen? Dass also einige Zehntausend Menschen über ihre Bücher zur Kenntnis nehmen und ich kann nur noch mal dringend empfehlen, dass diese Bücher auch gelesen werden. Die Medien kommen da nicht mit. Also ich lese ziemlich breit die Medien. Die Berichterstattung über diese Fragen ist unendlich ungenügend. Ja. Worauf führen Sie das zurück? Einerseits gibt es eine psychologische Barriere, dass man eigentlich davon ausgeht, es gibt keine verdeckte Kriegsführung. Es gibt ja jetzt nicht in der Tageszeitung die Seite 3, wo dann immer die neuesten Nachrichten über die verdeckte Kriegsführung sind, sondern man bildet eigentlich eine Plattform auch im Sinne, dass die Leute wissen das zwar, dass es nicht alles stimmt, was sie lesen, aber es wird ihnen nicht jetzt die Analyse dargelegt auch, dass man sagt, hier sind diese und diese Prozesse im Hintergrund gegangen. Das hat damit zu tun, dass es natürlich auch zu Prozesskosten führen kann und dass man zum Teil innerhalb einer Medienwerkstatt auch nicht über diese Leute verfügt, die jetzt lange investigativen Journalismus machen können. Diese Leute gibt es und die sind ausgezeichnet, aber das ist teuer und man findet wirklich nicht so viel investigativen Journalismus. Also man kann vielleicht sagen hier, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Neugier, die sie sicher haben, zufriedenstellen, was führt uns beide hier zusammen? Ich muss sagen, ich habe früher als gebürtiger Deutscher und jetzt Schweizer, seit fast 20 Jahren, ich habe in Deutschland schon verdeckte Kriegsführung erlebt, also erlebt und ich bin auch in der Schweiz später sehr nah an der verdeckten Kriegsführung gestanden. Also für mich ist das etwas Selbstverständliches und deswegen ihre Bücher so aufregend. Es sind eigentlich individuelle Interessen, die natürlich dann die Leute zusammenfügen, aber das ist vermutlich immer noch in drei oder vier Prozent der Bevölkerung wissen überhaupt, was eine False Flag Operation zum Beispiel ist. Das ist ein spezieller Begriff aus dem Bereich der verdeckten Kriegsführung, wo ein Terroranschlag inszeniert wird, um einen politischen Gegner zu diskreditieren. Und dafür haben wir historische Beispiele. In Ägypten 1954 haben die Israeli eine False Flag durchgezogen, weil sie wollten, dass die Engländer bleiben und nicht abziehen. Also hat man einen muslimischen Terroranschlag inszeniert. Das war die sogenannte Lawon-Affäre. Kann man heute auf Wikipedia nachlesen. Also vor zehn Jahren musste man noch die Bücher suchen. Aber dieses Wissen über verdeckte Kriegsführung, ja, das ist sehr wenig verbreitet. Ja, Herr Dr. Ganser, wir stellen hier Fragen, die sonst nicht gestellt werden. Sie binden sich ja mit diesen Thesen in einer gewissen Außenseiterposition. Jedenfalls kenne ich keinen Schweizer Kollegen, der Sie im Moment darin unterstützt. Wie geschieht so etwas? Wo kommen Sie eigentlich her? Vielleicht noch ein Wort. Sie sind Schweizer. Ja, ich bin im Tessin geboren, darum Daniele. Ich habe aber im Ausland studiert, in England und in den USA. Und da gibt es natürlich eine ganze Tradition, Geostrategie zu untersuchen, verdeckte Kriegsführung zu untersuchen, Ressourcenkämpfe zu untersuchen. Und ich habe persönlich dann vor allem die Kubakrise untersucht, 1962. Ich habe dazu mein erstes Buch veröffentlicht und war eigentlich erstaunt, wie stark doch in der UNO gelogen wird von allen Vertretern. Die Russen haben gelogen, die aus Guatemala haben gelogen, alle Länder haben mehr oder weniger gelogen. Und im Verdeckten ist die verdeckte Kriegsführung gelaufen. Und ich habe mich gefragt, warum wurde ich als Student der Geschichte, aufmerksam, wie ich doch war, da nicht hingewiesen. Und das hat doch meinen Interesse entfacht. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren dran. Kurze Frage, aber ich weiß nicht, ob Sie eine Antwort geben können. Hängt der Kennedy-Mord bis heute ungeklärt unter Umständen mit Kuba zusammen oder ist das nur ein fauler Ausrede? Ich denke es nicht. Aber ich habe den Kennedy-Mord nicht genau untersucht. Das, was wir dort haben, ist noch die Grundfrage, war es Lee Harvey Oswald alleine oder war es eine Gruppe von Verschwörern? Und die entscheidende Frage dort ist diese Magic Bullet, die eben sozusagen einen Weg genommen hat, wie die Physiker sagen, dass sie das nicht nehmen können. Also war es eine Verschwörung, dann weiss man aber nicht noch, wer es war. Also der Kennedy-Mord weiterhin ungefähr. Müssen Sie als Historiker nicht bestürzt sein, wenn Sie den Informationsstand der Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen? Oder wird man da ganz still? Ja, ich denke, es ist immer ein freiwilliger Informationsstand. Also ich nehme Menschen wahr, die sehr informiert sind, weil sie halt Sachbücher lesen in diesen Bereichen oder weil sie an Veranstaltungen gehen oder gewisse TV-Programme anschauen. Man kann heute eigentlich alles wissen, wenn man es denn will. Es braucht nur sehr viel Zeit. Und wenn man den ganzen Tag einer geregelten Arbeit nachgeht, Sie sagen, es ist etwas ganz Wichtiges, man kann wissen, wenn man will. Ja, das bin ich überzeugt. Ganz konkret, wie zum Beispiel? Man interessiert sich zum Beispiel, ich sage jetzt, Leute haben mich gefragt, also der 11. September, ich sehe, da stimmt was nicht. Wie komme ich durch das Chaos? Da gibt es ja so viele verschiedene Fragen und noch viel mehr Antworten am Schluss. Wem soll ich trauen? Sag ich, traue niemanden. Forsche selber. Und nehme die harten Beispiele. Zum Beispiel WTC7. Das ist ein Gebäude, viele Leute glauben, am 11. September sind zwei Türme eingestürzt, aber es waren drei. Und der dritte ist eben das WTC7. Also geht man auf Google, tippt WTC7 ein und dann forscht man mal da weiter. Das ist jetzt mal ein Ansatz. Und dann wird man feststellen, dass dieses Haus ja nicht vor einem Flugzeug getroffen wurde, sondern offensichtlich gesprengt wurde. Ja, das ist dann die Sache. Offensichtlich ist es nicht vor einem Flugzeug getroffen worden und es ist am 11. September um 20 nach 5 zusammengestürzt und es war 170 Meter hoch. Und dann habe ich mit Professoren für Baustatik der ETA gesprochen. Die haben gesagt, vermutlich wurde das gesprengt. Andere wiederum sagen, es könnte ein Feuer gewesen sein, dass es runterbringt. In diesem Haus war sehr viel geheimes Wissen drin. Es waren ja verschiedene Geheimabteilungen. Das ist so, ja. Aber die Sache ist, das führt die Leute auf eine ganz neue Geschichte, über die sie gar nichts gehört haben in den öffentlichen Medien. Und immer wenn ich die WTC7-Debatte habe, in einem Vortrag oder wo auch immer, führt das zu einer Hinterfragen im Sinne von, ich lese jetzt jeden Tag die Zeitung. Warum steht das nicht gleich? Dürfen wir das zum Gegenschluss zu noch mal ins Aktuelle führen? Sehen Sie nicht auch, wie bei uns für bewusstere Beobachter, die Technik des Doubletalk, die schon George Orwell beschrieben hat, einfach immer vitaler wird? Es ist sehr vital. Es wird sehr viel gelogen. Und alle wissen es eigentlich. Also man weiss, dass man jeden Tag einen ganzen Sack voll Lügen auf sich nimmt. Und das ist ja eigentlich sicher ungesund. Und darum ist dieses Ringen um die Wahrheit umso wichtiger. Und ich habe ein bisschen die These, das ist wie bei einer Waage. Umso mehr Lügen verabreicht werden, umso mehr wollen, ich sehe das bei meinen Studenten, die Menschen doch auch dann irgendwann hinter den Vorhang blicken und ringen. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Also wir leben in einem Art, Spät- oder Neu-Orwellschen Zustand. Kann man so sagen. Und das gefällt Ihnen nicht? Ich beschreibe nur. Also ich würde jetzt nicht mal allzu stark werten. Ich würde einfach sagen, ich beschreibe die Zustände. Ich sehe viel Gewalt, ich sehe viele Lüge. Und als Friedensforscher ist es natürlich wichtig, dass wir eigentlich eine friedliche Koexistenz hinbekommen. Ich bin auch Vater, ich habe eine Tochter, die ist acht Monate alt. Und das ist ganz klar, das 21. Jahrhundert, meine Lebenserwartung ist bis 2050, wenn ich jetzt nicht unter den Zug laufe. Oder meine Tochter ist Lebenserwartung 2090. Also es geht um das 21. Jahrhundert. Und mit allen anderen, die eben jetzt ähnlich interessiert sind an den Zusammenhängen, und das ist ein internationales Netzwerk, wir schreiben uns da und E-Mails, und schicken uns Berichte, und hast du gesehen, und das ist interessant, und treffen uns an Konferenzen in Norwegen und dann irgendwie in den USA. Herr Dr. Ganser, Sie haben das Entscheidende gesagt, es geht um das 21. Jahrhundert. Definitiv. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hergekommen sind. Wir werden uns weiter darüber unterhalten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich danke Ihnen, dass Sie wach geblieben sind. Ich nehme an, Sie haben etwas zu diskutieren, und vielleicht orientieren Sie sich weiter, und möglicherweise auch am nächsten Mittwoch wieder bei uns. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020